Geysire sind ein Wunderwerk der Natur. Island ist berühmt für seine heißen Quellen, eiskalten Gletscher und Vulkane. Etwa 30 Feuerberge auf der Insel gelten als aktiv. Aber warum plätschern viele heiße Quellen einfach vor sich hin und andere lassen das Wasser mehr oder weniger explosionsartig mit einer dampfenden Fontäne ab? Für das seltene Phänomen Geysir müssen mehrere Faktoren perfekt zusammenwirken. Ein unverzichtbarer Bestandteil eines Geysirs ist heißes Wasser. Unter Island befindet sich ein sogenannter Hotspot. Wie ein Bunsenbrenner schmilzt aufsteigendes heißes Material die Erdkruste immer wieder auf. Durch diese sogenannten Plüms steigt Magma nach oben. Das flüssige Gestein aus dem Erdinneren ist die Grundlage für die vielen Vulkane und das einzigartige Thermalsystem, das sich der Mensch überall auf der Insel zunutze macht. Damit aus einer Thermalquelle ein Geysir wird, reicht vulkanische Energie aber nicht allein. Es bedarf noch einer geologischen Besonderheit. Geysire entspringen immer einem verengten Schacht. Der Vulkan heizt das Wasser von unten auf. Aber die Wassersäule im Schacht übt durch ihr Gewicht so viel Druck aus, dass das Wasser nicht wie sonst bei 100 Grad zu sieden beginnt und verdampft, sondern auch noch bei höheren Temperaturen flüssig bleibt. Das Prinzip kennen wir vom Dampfkochtopf. Wenn das Wasser so heiß wird, dass sich unten angefangen bis in den oberen Bereich Gasblasen bilden, drückt der Dampf etwas Wasser aus dem Schacht. Durch die Entlastung ändern sich die Druckverhältnisse. Jetzt kocht das Wasser explosionsartig auf, das Volumen vervielfacht sich dabei um das bis zu 1600-fache. Das erklärt auch die hohe Energie, mit der der Geysir das Gemisch aus Dampf und Wasser in die Höhe schleudert. Geysire sind selten und auch sehr empfindlich. Kleinste Veränderungen können sie zum Versiegen bringen.